Musik Er hatte mehrere Millionen in der Schweiz angelegt und keiner weiß woher. Und dann kommt noch was. Und zwar, die waren so schlau und machen jetzt einen blinden Test, weil anscheinend irgendwelche Griechen meinen, sie sind blind und bekommen dadurch noch eine höhere Rente. Schon irgendwie genial, wie die ihren Start-up zocken. So, die Kohle mache ich so weit weg, wie ich hinkomme und dann kann ich mich mal. So, weiter komm ich nicht. Ach ja, die Griechen. Ist irgendwie ein Volk für sich. Unschlagbar, die Bursch. Aber am schlimmsten ist doch eh die Merkel. Die Deutschen haben kein Geld. Und die, die schmeißt ihr Geld, beziehungsweise unser Geld, einfach so raus. Das gibt's in Griechen. Und was ist ich wem? Was mache ich überhaupt? Hier, zack. Und wieder ein paar Stein. Spitzhacken. Habe ich schon noch Kohle? Ne, anscheinlich. Egal. Zack. Und da noch rein. Dann kann der Rest da rein. Kravil. Bzw. Kravil. Bzw. Holz mal noch schmalt ein. Mal ein bisschen sortieren. Mal ein bisschen sortieren. Tja, wo stecke ich das jetzt hin? Ähm. Keine Ahnung. So. Ist mir egal. Ich frage mich aber, wieso ich kein Leben verliere. Beziehungsweise, warum ich nicht hungere. Normalerweise müsste ich ja schon längst verhungert sein. Ich mache einfach mal auf normal. Ach, jetzt. Komm her, dummes Flieker. Danke. Danke. Thanks. Komm her, ich habe Familie. Ich habe Hunger. So. Gut. Und du auch noch. Und da ist mein Wald, wenn ich mal Holz brauche. Weil ich schätze, das dauert. Mit meiner kleinen Plantage da unten. Und da ist noch ein Ship. Und da ist noch eins. Komm her. Komm. Danke. Danke. Boah. Was ein Aiming. Ist ja grottenschlecht. Da unten sind noch Kühe. Ich mach die mal kaputt. Damit ich bisschen Leder bekomme. So. Damit ich mal irgendwie eine kleine Rüstung bekomme. Komm her jetzt. Die Sonne geht schon wieder runter. Oh. Drei Fleisch. Wie großzügig. So. Danke. Du auch noch. Und du auch. So. Und jetzt aber Dalli Dalli nach Hause. Jetzt aber Dabba. Hab. Rennen doch. Rennen. Boah. Boah. Ähm. Fleisch. Drei Leder. Und sonst nicht. Boah. Wie schlecht. Wie schlecht. Wie. Warum. Wie. 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 mal weiter ich weiß gerade gar nicht was ich überhaupt draußen wollte aber egal boah das wird nur arbeit oh gott was habe ich mir da nur eingebracht schönste ist natürlich jetzt wieder ich habe wieder urlaub das waren so schöne woche montag den sack frei beziehungsweise urlaub zwei tage gearbeitet und jetzt wieder urlaub schön schönes ding das geht auch so nein nein gott so zack so geht es noch eindeutig leichter aber irgendwie regt es schon auf mit dem rumgespringen so dann hätte ich erstmal das dann springe ich da hinten wieder auf mach das noch weg und dachte krater wäre eine höhle boah gott ohne schweiß meine maus ist relativ laut aber kann ich nichts machen außer eine neue kaufen aber darauf habe ich keine lust beziehungsweise nur weil die zu laut ist kaufe ich mir doch keine andere maus so dann wäre das auch mal erstmal gegessen kommt das auch noch weg so und und oh ja ich könnte mal was essen und das lang das mal so zack wenn ich mich nicht verzählt habe sollten wir hier jetzt um eins verzählt ah egal ich höre nur spinne was ist dann das also ich meine jetzt hier in dem bereich das komische etwas da ja kann ich mir später mal angucken sieht sehr eigenartig aus vielleicht eine römische baute keine ahnung ich wusste gar nicht dass es bei minecraft römer gab vielleicht waren sie trojaner ha 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 aber das gibt es doch nicht ich habe doch alles weg gemacht schieß ach ja es könnte noch ein bisschen dauern so fünf folgen vielleicht ach leute beziehungsweise off notch was hast du mir da für eine map angedreht hallo wo bin ich denn hier alles klar ja fehlt ja nicht so viel bis zur oberfläche so hier sollte eigentlich nichts mehr stören hoffentlich hoffentlich ja 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020